Hallo und herzlich willkommen zu einem Insight und es geht um Warframe. Und Warframe hat ein neues Update bekommen, das Update 14, zumindest auf der Konsole PS4 jetzt gesehen. Ja, PS4 gibt es ja das auch nur momentan, was die Konsole betrifft, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Xbox One das eigentlich auch hat. Auf jeden Fall für die PS4 gibt es das neue Update 14 und dieses Update hat es schon ein bisschen in sich. Es gibt wieder einen neuen Frame und der sich dann nennt, da muss ich jetzt gleich mal nachgucken, wie der Frame eigentlich heißt. Moment, da gehe ich hier auf den Marktplatz. Wie man sehen kann, das Interface hat sich drastisch geändert. Man hat jetzt ein eigenes Raumschiff, dort kann man dann von Planet zu Planet fliegen, das zeige ich auch gleich noch kurz. Aber ich will jetzt nur mal eben zeigen den neuen Frame, das ist hier dieser hier, das ist Merage, der durch Illusionen seine Gegner verwirrt. Ich habe den Frame noch nicht, ich will ihn mir aber auch noch bei Gelegenheit zulegen. Und wie man sehen kann, ich bin hier in meinem Raumschiff, was dann in dem Sinne auch die Zentrale ist, wo ich mich da bewege. Das Menü ist etwas gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen, wie jetzt hier zum Beispiel ist die Sternkarte. So sieht die Sternkarte jetzt aus. Dort werden aktuelle Quests, Aktivitäten dann angezeigt. Wenn man auf einen Planeten drauf geht, sieht man, dass die Planetenauswahl auch was anders aussieht. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Dann gibt es, beziehungsweise hier hat man natürlich auch Zugriff auf die Tremel Wax, den Void und das Dojo natürlich, der Clan-Dojo. So, außerdem gibt es, hier kann man auf den Kodex zugreifen, was ja in dem Sinne die ganzen Erklärungen für alles sein soll. Dann gibt es unten, gibt es hier das Arsenal, wo man halt auf sein Tenno zugreifen kann. Jetzt hier könnte ich jetzt zwischen Rhino, Oberon und Hydroid wechseln. Dann natürlich hier die Waffen und die Stuck, beziehungsweise Nebenwaffen und so weiter und so fort. Die Verbesserung sieht jetzt so aus. Dort kann man auch direkt sehen, inwiefern sich der Schaden verbessert oder verschlechtert, wenn man hier einen neuen Mod hinzufügt. Je nachdem, wie man es möchte. Dann gibt es auch den Begleiter natürlich immer noch. Dann die Verbrauchsgüter gibt es hier. Hier ist die Schmiede, wo dann halt die Sachen hergestellt werden kann. Dann, ja, die Amprex ist die Waffe, die ich jetzt als nächstes gerne herstellen würde. Mal eben das Fieldron abholen, weil das habe ich nämlich herstellen lassen, weil ich das nämlich auch für die, äh, für die Waffe brauche. Was muss ich jetzt jedes Mal das Fieldron kaufen? Das, 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 so wie das aussieht, ja. Ah, ist wohl nur einmal verbrauchbar. Ja, Pech gehabt. So, ja, auf jeden Fall, das ist das neue, äh, das neue Schiff. Natürlich kann man auch über die Starttaste, äh, Schnellzugriff, äh, halt, sich bewegen. Und, ja, ich würde mal sagen, äh, das war's dann auch von dem kleinen Insight. Das heißt, es gibt, äh, es gibt wirklich viele Neuerungen, und, die ich, die ich euch jetzt gezeigt habe. Außerdem, was ich euch noch, äh, sagen möchte, ist, es gibt einen neuen Prolog. Diesen Prolog, äh, könnt ihr euch anschauen, wenn ihr euch das erste Mal einloggt nach dem Update. Und diesen Prolog spielen. Wenn ihr diesen Prolog spielt, schaltet ihr nach und nach, äh, euer Schiff frei und halt auch die Sachen im Schiff. Ihr könnt den Prolog natürlich auch überspringen, dann habt ihr direkt alles am Start. Nur ich finde, ihr solltet euch dem neuen Prolog nicht entgehen lassen, weil das Tutorial, was man dann spielt, äh, ist auf jeden Fall anders. Und, äh, man sollte sich das wirklich anschauen. Ich kann es euch echt nur empfehlen. Ja, das war... Ja, das ist Ordus, die Stimme des Schiffes. Äh, zwar nicht mal etwas nervig, aber naja. Ja, das war, äh, Warframe, der neue Patch, Update 14. Der Patch ist unheimlich lange. Wenn ich da jetzt wirklich alles erzählen würde, was da alles wirklich neu ist, äh, das würde echt den Rahmen sprengen, würde ich mal sagen. Deswegen, die Patchnotes werdet ihr unten in der Videobeschreibung finden. Und da könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. Ansonsten schaut doch mal bei Warframe vorbei. Kann ich euch empfehlen, macht tierisch Laune jetzt mal wieder zu zocken. Ich hab's auch längere Zeit nicht gespielt und hab jetzt wieder angefangen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ähm, äh, ansonsten schaut doch mal in der Homepage nochmal vorbei, map.ml. Und schaut auf meinem Streaming-Kanal auch vorbei. Ähm. Ähm, edbox.tv slash map. Das war's von meiner Seite aus. Tschau, tschüss, bis demnächst. Musik 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 Musik